Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Willkommen zu unserer Sommerreise 2014. Wer ist dabei wie immer? Der Kai mit der Kamera und der Peter, der sorgt für den guten Ton. Und wenn ihr mal seht, dass jemand mit der zweiten Kamera dreht, das macht die Aileen, die steht da hinten im Gebüsch. Aileen macht die zweite Kamera. Also los. Was machen wir diesmal? Diesmal geht es um eine Reise an einer Grenze entlang. Und um eine Zeitreise. Grenzen kennt ihr Kinder von heute ja überhaupt nicht mehr. Früher gab es zwischen Deutschland und Holland auch eine Grenze mit Schlagbaum. Da musste man den Pass zeigen und wurde kontrolliert. Wenn man heute von Aachen nach Westen fährt, dann steht man plötzlich vor einem blauen Schild. Da steht Walz drauf. Auf und dann.